Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge nach Loxing 3D von Brunnenstraße nach Dortmund-Kräfe. Es ist jetzt schon sehr lange her, dass ich jetzt ein Video gemacht habe. Und ja, schon sehr lange her, weil ich letzte Woche hatte viel zu tun gehabt und sowas. Und ja, weiter, weitere Folge, gleich geht's los. Und ja, viel Spaß mit der Fahrt. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen hoch auf dieses Video. Let's go! Triebfahrzeugführer bitte die Türen freigeben. Hm, okay. Okay. Also, ich muss nur vor... Vor der Gas geben, vor der... Komm. Ah, jetzt kriegt der Gas. Es geht noch mal weiter. Es geht noch mal weiter. Es ist schon jetzt sehr, sehr lange her. Und ja. Und der Flug startet sich richtig durch. Tränen wir da jeden Tag Videos. Ja. Ein Tag zwei geht jetzt nicht mehr. Na schon. Wenn wir nicht weiter Zeit, ich habe. Ausstufen. Ausstufen. Recht. Triebfahrzeugführer bitte die Türen freigeben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aufstehen, rechts. Trittfahrtseite, Führer, bitte die Türen freigeben. Trittfahrtseite, Führer, bitte die Türen freigeben. Trittfahrtseite, Führer, bitte die Türen freigeben. Und wenn ich jetzt alle Videos, also jetzt alle Farben durchkomme, im Live-Zune, aber wenn ich jetzt ein paar Videos mache, und da geht's jetzt ständig lang, ich will das nochmal richtig durch. Komplett. Ausstieg, rechts. Und ja. Trittfahrtseite, Führer, bitte die Türen freigeben. Trittfahrtseite, Führer, bitte die Türen freigeben. Pfh. Weiß euch, ob ich zwischenỗygusal egal wie das so leise war, aber, jetzt bin ich schon autor. Keine Ahnung, warte. Ehm, write span bag. Ausstieg rechts. Triebfahrtseiteführer, bitte die Türen freigeben. Triebfahrtseiteführer, bitte die Türen freigeben. Triebfahrtseite aired. Triebfahrtseiteführer, bitte die Türen feigen. Triebfahrtseiteführer, bitte die Türen freigeben. Das war's für heute. Ausstrahl, rechts. Klingel, klingel, klingel. Klingel, klingel, klingel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 warte mal das ist nicht so gut ja aber was ist aber hier mit was ist denn ok äh ok wartet ok das mache ich mal kurz fest also ssss 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 ok mhm ja d Es wird gleich einsteckend sein. Klingfaden sollte die Türen frei gehen. Nein, oh mein Gott. Oh, das ist gut, aber die sind heute schon ruhig. Klickwahrzeit für die Tür und Freige. So, einfach. Klickwahrzeit für die Tür und Freige. So, jetzt geht es das so. Okay, wir müssen uns das. Wir müssen uns das. Okay. Oh, das war's. So, das war's mein heutiges Video, wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, die nächste Fahrt ist von der Linie U43 von Dortmund Martin Richtung Dortmund Wikete und ja, wenn ihr gefallen habt, gebt einen Daumen hoch, abonniert mich und ja, wir sehen uns im nächsten Video, ciao. Bis zum nächsten Mal.